Wir werden sie nicht vergessen. Keine Frau im Iran, keine Frau in der Ukraine, keine Frau in Afghanistan oder in Saudi-Arabien. Da ist ganz Zweifel, dass wir an ihrer Seite stehen, dass wir sie nicht alleine lassen werden. Und das sind bündnisdeutschlich die Grünen. Menschenrechte sind Frauenrechte. Frauenrechte sind nicht teilbar, sie sind nicht verhandelbar, liebe Freunde und Freunde.